Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Crypto Anarchist. Der Markt ist heute wieder ein wenig im roten Bereich. XRP liegt bei 62 Cent, hält sich noch sehr stabil hier, ist im Plus. Overall, wir waren auch schon mal knapp bei 64 Cent hier, aber insgesamt ist der Markt eher noch rot. Bitcoin Cash mit 7% nach unten und Bitcoin liegt auch wieder unter den 70.000, ziemlich genau bei 69.300. Deswegen schwankt das alles gerade so ein wenig und der Markt ist aber eher mit der Tendenz Richtung unten. Und wir sind natürlich jetzt auch kurz vor dem Halving, noch wahrscheinlich so 9 bis 10 Tage, da wird das Halving stattfinden. Und da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wie das Halving sich auf den Bitcoin Preis und den Markt auswirken wird. Aber gut, das soll uns gar nicht stören. Wir haben nämlich sehr spannende News im Bereich Paris Blockchain Week hier zum Beispiel. Denn der gute Brett Garlinghaus, der CEO von Ripple, war auf der Paris Blockchain Week ein riesen Krypto Event in Paris, wie der Name schon vermuten lässt. Und hier hat er gestern einmal über die verschiedensten Themen rund um den XRP Ledger gesprochen. Zum Beispiel der XRP Ledger Commons CEO war auch mit dabei, namens David Birchi. Und sie haben ganz explizit hier über den Dollar Stablecoin gesprochen, der ja jetzt in Zukunft dieses Jahr auch noch rauskommen soll. Also da ist Ripple ja auch sehr, sehr offen und sehr bullisch mit umgegangen bis jetzt. Das heißt also, sie haben da einiges vor, einige Themen stehen auf dem Zettel. Und die Frage eben, wie bindet sich dieser US-Dollar Stablecoin in das bestehende Ökosystem von Ripple mit ein? Da hat Brett Garlinghaus definitiv ein paar sehr interessante Sätze zu gedroppt. Unter anderem eben auch, dass er dieses Jahr noch launchen wird. Und das ist ja alles jetzt gar nicht mehr so weit hin. Klar, wir sind erst so Richtung Mitte des Jahres, aber ey, wie schnell verging die Zeit bis jetzt? Also aus meiner Sicht sehr, sehr schnell. Wir sind jetzt schon Mitte April wieder, bald ist die Hälfte des Jahres rum und dann könnte schon der Ripple Stablecoin bald folgen. Meine Prediction ist da eher so im Bereich Oktober, vielleicht Ende Oktober wäre da ein guter Zeitpunkt. Das wären dann nicht mal mehr vier, fünf Monate. Aber nicht nur das wurde dort erzählt, sondern man sprach hier auch über das Thema Blockchain-Integration in den verschiedensten anderen Bereichen. Also den Stablecoin nutzt man ja in Zukunft dann auch eigentlich für alle anderen Aspekte, die es so im Finanz- und generell im Marktwesen so gibt. Und hier wurde dann das Zitat gedroppt, dass in 2024 und darüber hinaus irgendwann eigentlich gar niemand mehr über Blockchain an sich so sprechen wird, sondern sie werden es einfach nutzen. Und ja, das glaube ich nämlich auch. Genauso wenig wie die meisten Leute heute explizit noch über Computernetzwerke sprechen, sondern einfach nur das Ganze halt nutzen. Also jeder von euch hat irgendwie bestimmt ein Handy oder zumindest ein internetfähiges Gerät, auf dem ihr dieses Video hier gerade schaut. Und das muss ja irgendwie verbunden sein. Das ist halt eben eine Netzwerktechnologie dahinter, also eben das Internet quasi, also die Verbindung zwischen den Geräten. Und da spricht heutzutage auch niemand mehr mit großem Fokus drüber. Klar, jeder sollte ungefähr wissen, was da passiert, wenn ich mich ins Internet einwähle. Aber so im Detail, wer weiß das schon und wer muss das überhaupt wissen? Also ich zumindest nicht und deswegen finde ich es schon sehr interessant hier mit solchen Zitaten, dass gerade 2024 schon erwähnt wird, dass man also sagt, ey, es werden dieses Jahr schon Firmen, Institutionen, wie auch immer wahrscheinlich anfangen, Software zu nutzen, die einfach auf Blockchain basiert, die in Zukunft im Blockchain-Bereich noch weitergehen will und möchte. Aber eigentlich der Endnutzer gar nicht merkt, dass es sich dabei um Kryptowährung und Blockchain handelt. Finde ich sehr interessant. Gerade das ist ja auch ein Ansatz von Zwift aktuell, einer riesigen Maschinerie, die ja auch Milliarden, wenn nicht sogar Billiarden wahrscheinlich an Geld irgendwo verschickt permanent und hin und her schiebt. Also quasi niemand redet mehr darüber, alle nutzen es einfach nur noch. Und dann geht es weiter mit ein paar News von einem Ripple-Partner, aber nicht nur einem Ripple-Partner, sondern auch einer Firma, die zu großen Teilen bereits Ripple gehört. Und das wissen auch nicht viele. Wir haben jetzt hier nochmal die exakten Zahlen bekommen, nämlich 40% von Tranglo gehört bereits Ripple. Also Ripple hat da schon ordentlich die Finger im Spiel und ich meine, sobald es über 50% werden, hat man dann sowieso die Firma aufgekauft, so nenne ich es mal. Deswegen finde ich schon sehr interessant, wie Ripple sich hier nach und nach die Firmen zusammenkauft und zusammenstellt, die sie eigentlich für wichtig erachten. Gerade auch mit Metaco haben sie eine riesen Verwaltungssoftware eigentlich schon gekauft, die jetzt bereits international verwendet wird und auch in Zukunft wahrscheinlich noch größeren Anklang finden wird. Mit Tranglo investieren sie da gerade in einen Partner, der halt eben im Bereich Cross-Border-Payments sehr, sehr groß ist. Ich habe gestern im Video schon kurz angeschnitten, was das eigentlich alles umfasst, nämlich zum Beispiel über 30 E-Wallets, die damit kompatibel sind. Gerade auch in China beispielsweise ist das ein größeres Thema jetzt geworden, also man hat das Ganze mit WeChat und diesem WePay oder wie das immer heißt, da integriert. Man hat da im Bereich Asien einiges machen können, im Bereich Indien hat man auch starten können, also das sind alles große Märkte, die da ins Visier genommen werden. Und nicht nur das, wir haben tatsächlich auch die Verbindung zu Australien und das ist auch immer so eine Art dreiseitige Verbindung, so wie ich es im Kopf habe. Denn Australien ist sowohl mit Ripple als auch mit Tranglo bereits hier großartig connected und es deutet eben vieles darauf hin, dass Australien jetzt in Zukunft das erste Land sein wird, das sich wirklich richtig an den Liquidity Hub von Ripple auch anschließen wird. Hier haben wir nochmal die Verbindung dazu, so sieht das der Ashboard auch übrigens aus. Und das Ganze ist aktuell verfügbar in Brasilien, Australien und gewissen Staaten in den USA, welche darunter genau fallen, das wurde noch nicht erklärt hier. Aber zumindest kann man hier schon mal sehen, wie es ungefähr am Ende verläuft. Es geht da eben um das Thema CBDC, wie viele Dollar bereits verwendet wurden beispielsweise, was hier geschickt bzw. gekauft wurde, Bitcoin, Ethereum, wie auch immer, die Nutzeranzahl, das Volumen und so weiter. Also da kann man schon einiges an Statistiken sehen und gerade dann oben auch zum Beispiel auf Balance das Wechseln. Also es macht schon alles definitiv Sinn, der Liquidity Hub, egal wie er auch heutzutage heißen mag, ist da bei den Ländern bereits bekannt und hoffentlich eben auch bald bei Australien in Nutzung. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir hier noch von American Express eine Demo, in der ziemlich offen darüber gesprochen wird, dass das Ganze auf dem Ripple-Netzwerk läuft. Und ich glaube, ja, offensichtlicher kann man es wirklich gar nicht mehr machen. Also ich finde das mittlerweile sehr, sehr lustig, aber irgendwie auch schon so ein bisschen ironisch. Mit so einem Augenzwinkern kommt mir das immer so vor, wenn die das halt eben so einbinden. Wie zum Beispiel hier bei American Express hat man unten eben diesen kleinen Disclaimer hier, Runs on Ripple, also läuft auf dem Ripple-Netzwerk. Und ja, dann haben sie hier sogar noch einen kleinen Button, wo man noch mehr erfahren kann, wie das halt eben innovativ ist. Was ich damit sagen will ist, American Express ist da bereits mit dabei, sie nutzen das Ganze offensichtlich. Wenn man Ripple-Payments nutzt, nutzt man somit auch immer XRP schon direkt mit. Das heißt also, da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen aus meiner Sicht, dass da einfach American Express jetzt bereits auf dem Ripple-Netzwerk agiert und das sogar noch offen hier darstellt. Vor zwei, drei Jahren wäre das aus meiner Sicht eher noch undenkbar gewesen, das so darzustellen. Aber mittlerweile haben Kryptowährungen auch wieder ein bisschen besseren Ruf, muss man ganz klar sagen. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, so nach diesem Crash 2018, 2019 rum, wo wir einfach dann auch permanent in so eine Down-Phase gekommen sind. Da war das Sentiment, also sozusagen die Stimmung rund um Kryptowährungen eher negativ, eher sehr pessimistisch. Und mittlerweile kann man da wieder offen darüber sprechen und sagen, hey klar, unser Service läuft hier auf Ripple. Und Ripple hat jetzt auch nicht diesen Ruf, extrem kryptolastig zu sein aus meiner Sicht. Also klar, jeder weiß, Ripple, Kryptowährungen, XRP und so, aber ich glaube, wenn man jetzt Ripple sieht, dann sagt man nicht sofort, ach, das sind doch diese Web3-Azten. Sondern man sagt eigentlich eher so, ey, das ist doch diese Zahlungsfirma, die aber eben auch Blockchain-Technologie verwendet. Sehr, sehr groß. Und wer in Zukunft auch ein bisschen Geld verwenden kann, meine Überleitung immer, haben wir hier von dem XRP Ledger Hackathon einmal die Gewinner. Das sehen wir hier einmal, 4.500 Euro wurden sowohl einmal an ein XRP Ledger Team als auch an ein Solana Team ausgeschüttet. Und das ist mit Sicherheit eine sehr, sehr coole Sache. Klar, im Entwicklungsbereich sind 4.500 Euro jetzt nicht die Welt. Man kann sich davon jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, in ein Startup hochziehen oder sowas. Aber hey, es ist einfach eine nette Finanzspritze, würde ich sagen, wo man ein bisschen Geld machen kann, wo man vielleicht noch einen Entwickler mehr einstellen kann, so in die Richtung. Und einfach ein paar laufende Kosten decken kann. Somit hat man hier ein paar schöne Gewinner. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, die Projekte werden natürlich jeweils erfolgreich, beziehungsweise können dann halt auch in Zukunft auf dem jeweiligen Netzwerk überzeugen. Ihr wisst, für Solana interessiere ich mich jetzt nicht so. Von daher ist mein Fokus logischerweise eher so hier auf dem XRP Ledger Team. Aber auch gerade an den Kappen und so weiter sieht man, glaube ich, die sind da definitiv Fans. Ich glaube, die leben den XRP Ledger richtig. Von daher finde ich das sehr, sehr, sehr cool. Dann geht es weiter mit der Nubank. Und die Nubank, habe ich damals schon erwähnt, ist ja eine Bank aus Brasilien. Damals hat man auch ein großes Investment bekommen. Also 2021 gab es dieses Investment. Und Ripple war auch immer schon mit dabei und hat eigentlich immer so ein gewisses Auge auf die Nubank gehabt. Dann irgendwann, ich glaube Ende letzten Jahres, gab es dann auch das Announcement als Partnerschaft. Also, dass die beiden Firmen eine Partnerschaft eingehen. In den meisten Fällen ist es aber dann immer, dass Nubank einfach nur den Service von Ripple nutzt. Vielleicht zu anderen Konditionen. Vielleicht einfach auch, um, ja, ich weiß nicht, ein bisschen tiefer in die Materie einzusteigen. Wie auch immer, zumindest haben sie hier jetzt ein großes Interview gehabt. Und zwar bei Halftime Report. Und dort hat man eben hier mit den verschiedensten Gründern und auch CEO und CMO, glaube ich, auch von entsprechend der Nubank hier geredet. Natürlich haben sie da sich sehr gut und positiv dargestellt, was ja auch immer vernünftig ist. Aber generell ist die Nubank einfach gerade sehr auf dem Vormarsch, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier zum Beispiel das Feature Ultraviolet, also Ultraviolet im Deutschen. Und das ist halt eben eine Karte hier in der Form, mit der man über sehr viele verschiedene Länder und Grenzen hinweg bezahlen kann. Das finde ich sehr, sehr interessant. Auch eine Partnerschaft mit TransferWise, heutzutage nur noch WISE, wird hier angeschnitten. Und die Verbindungen zu Ripple gehen tatsächlich auch ein bisschen tiefer. Wir haben hier einen ehemaligen Ripple-Mitarbeiter, den guten Ryan Zagun, der mittlerweile dort auch unterwegs ist. Der hat damals auch wohl maßgeblich da mitgeholfen und dazu beigetragen, diese Partnerschaft hier zu starten. Also WISE und die Nubank quasi. Und er dann als Ripple-Mitarbeiter hat dann da das Ganze connected. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, Brasilien ist da auch wirklich ein Hotspot, wo Ripple einfach noch viel mehr sich entsprechend ausbreiten möchte. Also das spricht schon alles eine eindeutige Sprache aus meiner Sicht. Und man hat hier wirklich einen guten Ansatz gewählt. Und das sind ja immer nur kleinere Bausteine. Das ist ja jetzt nicht mal eine so extreme News. Bei vielen anderen Projekten wäre das eine absolute Kracher-News, die man gefühlt vier, fünf Tage rauf und runter spielen müsste. Aber bei XRP ist es mehr so ein Ding, kann man auf jeden Fall mal erwähnen. Ist eine gute Connection, aber im Vergleich zu anderen News vielleicht gar nicht mal so extrem. Dann geht es noch weiter von Chad Steigengraber, denn er hat hier einen Post rausgesucht von der BCB. Das ist die Global Digital Financial Service Group. Noch generischer ging es, glaube ich, nicht. Also global, digital, finanziell, Service. All das bieten sie anscheinend an. Naja, gut, aber ist ja nicht so schlimm. Also zumindest ein Konglomerat in dem Bereich von digitalen Finanzen einfach. Digitalen Finanzdienstleistungen wahrscheinlich auch. Das Ganze noch global, also alles mit reingewürfelt. Aber sie haben jetzt hier auf der Paris Blockchain Week auch eine Präsentation gehalten und haben dann kurz darauf das Announcement auch nochmal auf Twitter veröffentlicht. Indem sie ganz klar sagen, hier, wir arbeiten gerade mit Ripple bzw. mit Metaco zusammen. Sie nutzen jetzt den Service von Metaco ganz offen und wollen da in Zukunft noch deutlich größer einsteigen. Finde ich definitiv stark und gerade wenn man solche Gruppen, nenne ich es mal, da einfach dazu bekommt, da einzusteigen, denke ich mal, dass man dann auch viele Mitglieder in diesen Gruppen entsprechend auch überzeugen kann, solche Services zu nutzen. Metaco beispielsweise. Und ich würde mich ja auch freuen, wenn Metaco in Zukunft eine Art Möglichkeit findet, den XRP Ledger vielleicht noch mehr in den Fokus zu rücken, noch mehr einzubinden. Klar, das geht auch zu großen Teilen alles schon, aber da könnte noch mehr gehen, da könnten noch mehr Transaktionen über den XRP Ledger vielleicht laufen, da könnte man noch weitere vielleicht Audits oder sowas mit einbinden. All das schwebt mir so vor, aber gut, die haben mich halt auch nicht gefragt. Dann ist es jetzt bald endlich soweit, denn wir haben die gerappten XRP auf dem Flare-Netzwerk. Die werden jetzt sehr bald verfügbar sein. Das Ganze wurde eigentlich schon seit 2020 angekündigt, sagen Sie auch nochmal, also war schon jetzt drei, vier Jahre ein Thema. Ich habe damals auch schon Videos darüber gemacht. Finde ich sowieso immer lohnt sich nochmal, so einen kleinen Blick zu werfen in die Vergangenheit. Also könnt ihr gerne auch mal an einem ruhigen Abend oder sowas mal vielleicht ein, zwei alte Videos von mir noch schauen, um da entsprechend auch die News und auch das Sentiment, das Umfeld, die Stimmung quasi damals nochmal so ein bisschen festzuhalten, zu schauen, hey, was hat sich geändert zu heute. Es hat sich nämlich einiges getan aus meiner Sicht innerhalb der letzten ein, zwei, drei Jahre. Aber wie auch immer, zumindest ist es so jetzt endlich soweit, es sollen die gerappten XRP auf dem Flare-Netzwerk kommen. Und da bin ich eben sehr, sehr happy drüber, weil das einfach ein Versprechen war, was damals gegeben wurde, was jetzt somit eingelöst wurde. Ich bin gar nicht mal jetzt so gehypt darauf, das eben wie großartig zu verwenden. Ich freue mich ein bisschen mehr auf den Automated Market Maker, muss ich ganz klar sagen. Aber gerade auch die Wrapped XRP sind wieder ein neues Feature, was wieder mit Sicherheit ein paar hunderte bis tausende Leute vielleicht sogar verwenden möchten, dann entsprechend auch auf dem Flare-Netzwerk XRP staken können. Und ja, das Ganze auch EVM-kompatibel verwenden. Also all das sind Möglichkeiten. Und das wird einfach wieder zu einer gewissen Deflation führen, was ich auch immer als positiv erachte. Also ja, mehr Use Cases und mehr Brücken und so weiter sind doch eine tolle Sache. Dann geht es noch weiter von Ripple X, denn sie haben hier ihre neue Grand-System-Struktur ausgerollt. Und zwar kann man sich jetzt wieder bewerben für neue Projekte, für neue Prototypen. Man kann den Leuten was zeigen und so weiter. Und man kann entsprechend auch dann Preise, ich will nicht sagen gewinnen, weil das so ein bisschen sich falsch anhört, aber es geht halt darum, dass man halt gefördert wird. Und das soll hier wieder kommen. Wir haben hier die einzelnen Stufen, wie das ganze Programm abläuft. Also oben einmal ganz normal die, ich nenne es mal, die formelle Bewerbung, dass man einmal sagt, hey, ich bin die und die Person, ich möchte gerne einmal bei euch vorsprechen. Dann gibt es die Full-Application mit einem Code, mit Beurteilung und so weiter. Dann wird es noch ein Pitch-Interview und Feedback-Gespräch geben. Und dann werden im vierten Schritt die Gewinne ausgewählt und dann das Grad übergeben. Finde ich sehr, sehr cool. Und gerade neue Projekte auf dem XRP-Ledger finde ich immer eine positive Sache. Von daher, falls ihr hier eine Idee habt oder sowas, irgendwas umsetzt, irgendwas machen wollt, dann schaut euch das gerne hier mal an. Kurz zwischendurch darf ich euch heute wieder ein interessantes Projekt vorstellen und zwar The Dogeverse. Dogeverse, wie der Name schon sagt, bezieht sich natürlich auch auf den kleinen Hund, den wir alle mittlerweile als Dogecoin kennen. Und in dem Fall soll das Ganze hier ein sogenannter Chain-Traveling-Doge sein, also ein Hund bzw. ein Coin, der über die verschiedenen Netzwerke reist. In dem Fall hier sowohl Ethereum als auch BNB, Matic, Solana, AVEX und BASE. Und diese ganzen Netzwerke sind ja mittlerweile auch sehr gut etabliert. Das Einzige, was dabei so ein bisschen heraussticht, ist Solana, weil das quasi nicht auf diesem Ethereum-Standard basiert. Aber gut, das kann man dann ja mal schauen. Zumindest ist es natürlich ein Meme-Coin, der in dem Bereich gerade dieses Multi-Chain-Thema für sich claimen möchte. Also quasi eine Brücke über die verschiedenen Netzwerke hinweg. Aktuell teilen sie ihr Projekt in fünf verschiedene Phasen auf. Einmal den Urknall quasi, in dem es darum geht, Webseite, Contract und so weiter fertig zu haben. Das Ganze wird geordnetet. Mittlerweile sind wir im Bereich Marketing angekommen. Und bald darauf soll auch das Decentralized Exchange Listing erfolgen. Die Tokenomics sieht man dann hier einmal, welche Token wann, wo, wie allocated werden. Und hier oben haben wir dann einmal den aktuellen Pre-Sale-Preis von 0,00029 Dollar pro Token. In der nächsten Phase, in zwei Tagen, wird aber dann der Preis logischerweise erhöht werden. Das heißt, je früher man dabei ist, desto mehr Token bekommt man logischerweise. Sie haben auch bereits einen Twitter-Account hier. Dort kann man auch einmal den ganzen folgen, wenn man da nichts mehr verpassen möchte. Und auch eine Telegram-Gruppe besteht bereits. Also da kann man auch joinen und kann dann einer der ersten Leute sein, die hier partizipieren. Also wenn es für euch interessant ist, dann schaut da gerne mal rein. Ist in der Beschreibung verlinkt. Und schreibt mir gerne dazu mal eure Meinung in die Kommentare. Dann kam noch eine Frage auf und zwar zum XRP-Bitcoin-Chart. Da haben sich einige Leute nochmal gefragt, hey, was passiert da eigentlich? Warum geht das da permanent nur nach unten, obwohl der Preis von XRP ja auch steigt? Und da wollte ich nochmal ganz kurz zu erklären, das hier ist ja das Verhältnis, das Handelsverhältnis zwischen XRP und Bitcoin. Soll heißen, nur weil XRP steigt, heißt es ja nicht, dass Bitcoin nicht noch stärker steigen kann. Und somit XRP quasi im Vergleich zu Bitcoin wertloser wird, auch wenn beide vielleicht an Wert gewinnen. Und das muss man immer ganz, ganz klar sehen. Das heißt, seit jetzt ungefähr einem, ja, dreiviertel Jahr würde ich sagen, ist der Bitcoin permanent wertvoller geworden als XRP. Also zumindest hier im Durchschnitt. Klar, es gab mal irgendwie ein paar Monate oder Wochen hier, wo XRP dann wieder durchgestartet ist. Aber so overall kann man natürlich schon diesen Downtrend hier erkennen. Und irgendwann, wenn es sich zu weit zuspitzt, aus der Sicht vom Blockbull hat man dann hier den Breakout. Und das bedeutet, dass XRP jetzt erstmal wieder wertvoller werden wird gegenüber Bitcoin, wenn man es so lesen möchte. Und da Bitcoin jetzt gerade eigentlich eher so ein bisschen stagniert, könnte es eher der Fall sein, dass Bitcoin auf dem gleichen Plateau bleibt. Und XRP jetzt noch eine kleine Sternstunde hat. Kann natürlich passieren, ist am Ende immer nur Spekulation. Ihr wisst, technische Analysen und so ist jetzt alles keine exakte Wissenschaft. Aber es geht schon in diese Tendenzen rein. Und ich glaube, hier ein gewisser Anstieg, dass man sich mal vielleicht hier so ein bisschen um 10, 20 Prozent streckt. Das könnte ich mir schon vorstellen. Dann habe ich zum Schluss noch eine kleine Konversation gelesen, die ich sehr, sehr lustig fand. Und da hat der gute Stefan Huber, beziehungsweise auch Daniel Keller, ja, so ein bisschen gegenseitig, ich will nicht sagen, sich getrollet. Sondern einfach so ein bisschen, ja, rumgelabert, nenne ich es mal. Und zwar haben wir hier das erste Statement von Daniel, wo er sagt, Wenn Leute behaupten oder als Argument nehmen, dass ja Kryptos auch für nicht erlaubte Machenschaften genommen werden, dann ist das wirklich das schlechteste Argument, sagt er dann hier. Also man kann ja alles quasi dafür verwenden. Wenn man sagt, ah, Krypto, da wird quasi Geld hin und her geschickt und das darf eigentlich gar nicht passieren. Ja, beim Dollar halt eben auch. So muss man da jetzt auch sagen, dass das irgendwie verboten werden soll. Und zum Beispiel nutzen solche Leute auch Gmail-Accounts. Also haben ja auch einen Google-Account zum Beispiel. Ja, das sollte man natürlich, ja, nicht irgendwie unterstützen. Also dann sollte man vielleicht auch Google verbieten oder sowas. Gmail, kann man alles löschen, weil da wurde mit Sicherheit schon mal etwas Nicht-Erlaubtes drüber ausgeführt und besprochen und so weiter. Und dann fragt er ja weiterhin hier, ah, aber betrifft das auch den Workspace? Also von Google diese ganze andere Software? Und dann sagt Stefan Huber hier, nee, das kann nicht sein, weil das ist ja gegen die Terms of Service. Das darf man ja nicht. Das ist ja gegen die AGBs. Und dann sagt Daniel, okay, gut, dann haben wir natürlich Glück gehabt, weil wenn es halt verboten ist, dann macht es natürlich auch keiner. Und dann, ja, sind wir eigentlich wieder good to go. Von daher sollten wir einfach Krypto verbieten und dann kann es halt keiner mehr nutzen, weil es ist ja verboten. Aber Spaß beiseite, wir sind ja noch nicht beim Fun-Tweet. Wir haben noch hier von Flair eine kleine Kooperation und zwar mit Rain-Decks. Finde ich sehr interessant. Rain-Protocol ist mir jetzt so noch kein Begriff gewesen. Gut, haben wir auch nur 600 Follower. Was heißt nur, ne? Also ist ja auch schon eine ordentliche Summe. Aber, naja, sind zumindest für ein kleines Krypto-Projekt noch recht am Anfang. Ist aber gar nicht so schlimm. Also ich denke, da schmieden sie gerade einige Partnerschaften. Ob das jetzt hier ein großer Durchbruch ist, wahrscheinlich eher nicht. Aber einfach mal so nebenbei erwähnt. Und dann kommen wir natürlich zum Fun-Tweet. Denn wir haben hier den Fun-Tweet von YourLord. Und er postet folgendes schönes Meme hier. Wenn meine Rente fällig ist, aber XRP sich vielleicht gerade am Anfang des Bullruns befindet. Und man schauen muss, wann man einsteigt, wann man aussteigt und so weiter. Und ja, das ist halt alles nicht ganz so einfach, nicht ganz so zu durchschauen. Und ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Und bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auch gerne einfach in die Kommentare. Irgendwie einen kleinen Smiley oder irgendwas anderes. Das hilft wirklich sehr, sehr, sehr gerade. Die Videos polarisieren gerade und das freut mich wirklich mega. Von daher sage ich, keep up the good work. Macht so gerne weiter. Und es macht mir jeden Tag wieder Spaß, hier diese Videos zu produzieren. Von daher sehen wir uns spätestens, wirklich allerspätestens, morgen um 18 Uhr wieder. Und bis dahin, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.